Lucien zattelt im Reitercamp sein Pferd. Roman hilft ihm dabei. Auf dem Reitplatz erklärt Martin, was Lucien tun soll. Seine kleine Schwester Sassi sieht zu. So wie Gin, der Hund. Dann sitzt Lucien endlich auf Pachouli. So heißt sein Pferd. Und es ist ein ganz Liebes. Das Reiten klappt schon ziemlich gut. In der Mitte des Reitplatzes achten Roman und Martin darauf, dass niemand was falsch macht. Dann ist Lucien ganz alleine dran. Er galoppiert auf Pachouli einmal rundherum. Super gemacht. Lucien bringt Pachouli zurück und räumt Sattel und Zaunzeug auf. Das war toll, das Reiten. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.